Ja, ich hab drei Jahre mein äh, ein Charakter da, ich bin grad mal Level 160 oder so, 70. Ja, ich weiß aber, er hat nicht gespielt als auf der Playstation 3 war. Oh, da kommst du gleich jetzt mal 50. Ach so. Und, gerettet? Ja klar, 500er laufen, ich hehehe. Oh, der hat ne alte Porsche internet. Den falschen Kontroll, der mag ich grad, ich hab den kaputten. Ich will nicht gedreht werden. Vorne wird erstmal gepenkt. Ja, natürlich, geil. Letzter, weil sich einer gedreht hat und nicht weggerammt hat. Deswegen bin ich ganz außen. Ja, bin ich auch, der ist gegen die Lightbank und dann schön in meine Richtung. Ja, geil. Zwei Leute wegschluss, weil die mir auf die Motorhose flogen sind. Ach so. Ah, jetzt werd ich gedreht. Bestimmt. Krass. Ey, ich hab dich in Ruhe gelassen. Lass mich auch in Ruhe. Ja, natürlich. Und hat nur nicht mal was gebracht. Ah, ich bin vor ihm. Das kann nicht sein, ey. Da fährt man ganz normal an ihm vorbei und der rand rein weg. Wo bist du da? Achte. Nur, es ist schon wieder jemand bei mir, der mich wahrscheinlich wegdreht. Ja, ich auch. Ey, die fahren nach vorne und dann bleiben die erstmal stehen. Au. Da ist schon ein Flugzeug, wenn die nicht weg. Da ist ein bisschen Schmerz. Ich bin da, was da hinten gefallen. Weil ich da vor der Rampe mit dem Auto, das letzte Stück mit dem Auto, irgendwie durchs Wasser gefahren bin. Und ich bin halt nur übelst links. Ja. Da kommt immer Wasser hinten raus. Ich warte darauf, dass einer in den Schrein fliegt. Schicke Punkt nicht. Oh, war das krass. Boah, ich bin auf dem Kopf da durchgeflogen, ey. Und wenn mein Auto war dann auf dem Kopf, musste ich erstmal in der Luft drehen. Dieses nach vorne lehnen bringt glaube ich gar nichts. Der versucht mich selbst in diesem scheiß Jetski hier wegzuschubsen. Voll lächerlich. Jetzt kommen zwei hinter mir, ey. Der eine ist gegen den steht gefahren. Ich auch gerade. Der schubst mich hier in deinen Sand, ne. So. Ach meine Fresse. Mein Gott. Wie ich so Leute hasse. Die versuchen umzuhöhlen. Was eigentlich überhaupt nicht sinnvoll ist. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Der eine ist auch bei mir gerade komplett vorbei gezogen. Der Max. Verstehst du nicht? Ich bin gesetzt da. 2-0. Der orangene Hubschrauber der oben fliegt. Der ist bei mir gerade vorbeigeflogen. Ja, natürlich. Und ein anderer hat mich mitgerissen. Wie schön. Die zwei schießen dich ab. Ja, da war ich einer von. Achso. Du bist auch in mir vorbeigeflogen. Ne. Okay, das war hinter dir. Jetzt muss ich die ganze Scheiße wieder hochfließen. Ich kann keine Hubschrauber fließen. Ah, ich hab 15 Sekunden verloren. Vom neunten auf den vierzehnten. Vom letzten. Ich hab gedacht, ich fliege jetzt über den Punkt mit dem Motorrad. Haha. Das passiert nur beim Hubschrauber. Ja. Beim Hubschrauber natürlich. Wir sind ja schon vorbei. Wir sind ja schon vorbei. Die macht nur eine Runde. Geil. Die überendet. Oh, dritter. Der vor mir. Der ist noch gegangen. Weißt du? Und die Wette wurde bestimmt angegangen. Da hab ich eben nicht drauf geachtet. Ja, klar. Ich scheiße fließe. Oh. Ich hab gedacht, ich fliege drüber, ey. Mit dem Auto musst du langsam machen, weil du sonst über den Punkt fährst. Oh, ich guck dir zu. Geil. Schön. Da fliegt mein Kopf über ins Ziel. Äh, da in die Teil rein. Und genau dann spornst du auch auf dem Kopf. Da hast du keine Chance mehr hast, dich umzudrehen. Ja, nie beendet. Ja. Ich will. Wie viele sind die Lederhäste? Ich weiß nicht, wie viele? Oder ich will.